Werner Brise versenkt sie alle. Und das, obwohl der Bochumer Minigolf-Fan mit einer schweren Behinderung lebt. Weil seine Mutter in der Schwangerschaft das Schlafmittel Kontergan nimmt, kommt er mit nur einem kurzen Arm auf die Welt. Für ihn jedoch absolut kein Grund, auf seine Lieblingssportart zu verzichten. Die Herausforderung, die juckt mich. Das reizt mich einfach mal, was anderes zu machen wie andere. Fußball ist für mich ein Idiotensport. Tut mir leid, ist so. Ganz schön selbstbewusst. Der 59-Jährige, der mittlerweile sogar im Minigolfverein Rot-Weiß-Wanne-Alkel spielt, nutzt allerdings keinen gewöhnlichen Schläger. Seiner ist 10 cm länger und hat einen sauknapp. Das heißt, wenn ich dann so spiele und so bin, habe ich hier den Schläger. Meine zweite Hand ist praktisch mein Brustkorb. Clever gelöst. Wie reagiert denn eigentlich die Konkurrenz auf den Platz? Schöner Effekt ist nebenbei, dass mittlerweile, dass ich besser bin als einige andere und manche Leute darunter, die hassen mich vielleicht sogar, weil sie nicht verstehen können, wie man mit einem kurzen Arm trotzdem noch so gut Minigolf spielen kann. Kein Problem für Werner Brise. Gemeine Reaktionen spornen ihn sogar noch mehr an. Zusammen mit seinem Kollegen tüftelt er bereits an der Strategie für das nächste Turnier. Untertitelung des ZDF, 2020